Von wo? Genau vor dir. Ach da. Hallo. Hi. Und dein Fernglas. Ich beobachte dich. Komm. So, ab nach Parkville. Parkaville. Parkaville, Parkaville, Parkaville. Peter Parkaville. Peter Parkaville. Superman. Spider-Man. Batman. 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 Gotham City. Ja, kommt auch noch. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Ich kann üpfen. Während des Rennens. Ich nicht. Nö, kann ich nicht während des Rennens. Nur wenn ich kurz Sprinten loslasse. Kannst du währenddessen springen? Ja. Ich nicht. Okay. Ach so, weil du nicht weh dabei drückst. Okay. Natürlich. Wenn du sprinten drückst, kannst du weh loslassen. Voll cool. Mach ich aber nicht. Ich weiß, ob es geht. So, und jetzt sprinte ich nicht mehr. Ich auch nicht. Bin komplett leer. Ich auch. Genau, deswegen sprinte ich ja nicht mehr. Na, aber machen die Kinder so? Wir spielen im Wald. Ich habe sie im Wald zum Spielen geschickt. Das ist ja sicher. Müssen wir auch mal alleine auf sie aufpassen, ja? Nur weil ihr bei Zombies rumrennt, heißt es noch lange nicht, dass ich die die ganze Zeit, äh, 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 ähm, 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 beobachten muss. Ich meine, die sind immerhin schon drei und vier. Ja? Das reicht. Würde Nahkampf nicht so verdammt viel Schaden machen, würde ich dich irgendwann zwischendrin einfach mal anhitten. Ja. Aber Nahkampf macht mir zu viel Schaden. Stimmt. Du kannst gerne probieren, mich einmal anzuhütten, aber ich will, wenn ich dann verreck. Nachher sind ein Headshot, ein Headshot besonders. Ein Hammer-Headshot. 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 Ja, wenigstens haben sie das weggemacht, dass man mit dem Hinterkopfschlag putt ist. Sicher? Ja. Das war ja so gay. Einfach einen zufällig mal im Hinterkopf treffen. Weißt du, alle, die sich im Nahkampf getroffen haben, sind immer im Kreis übereinander gerannt, in der Hoffnung, am Hinterkopf zu treffen. Nervig. Schlag mal mit dem Hammer zu besonders. Schlag einfach mal in die Luft. In die Luft meine ich einfach schlagen. Geh öfters. Einfach halt mal gedrückt so ein bisschen, damit du siehst. Siehst du diesen Schwung, den er im Arm hat? Wie kann das einen mit drei Schlägen töten? Sollte gehen. Auf dem Arm. Auf den Arm einfach so dreimal so. Yo, what the fuck? Das sollte reichen. Mit so einem Hammer? Ja, der ist nicht sonderlich groß. Egal. Wenn du richtig triffst, das Gehirn. Ja, aber wenn du auf dem Arm haust, ist man ja mit drei Schlägen kaputt. So, ja. Natürlich. Schulter durchtrennt. Ja, aber die können ja, ja eben, die können ja nicht machen, dass irgendwie der Arm ab ist oder so. Wir könnten das schon, aber das wäre irgendwie ein bisschen zu viel Arbeit. Rennen. Oh, ein Haus. Brauchst du Implantat? Stadt. Will ich mich vorhin umbringen lassen, mal. Was? Ist hier der... Ach, da vorne ist der Bus, wo ich gestorben bin in der letzten Aufnahme von mir. Ah, Nostalgie. Nostalgosch. Nostalgigosch. Da ist der Shop. Da habe ich zwei Leute in dem einen Haus weiter hinten getroffen. Äh, die sahen ganz nett aus. Dann wollte ich einfach weggehen und dann haben sie von hinten meinen Rücken reingeschossen. Und dann haben sie meinen Hammer bekommen. Mehr hatte ich aber auch nicht. Einen Helm. Einen Hut. Da steht dem Manu gut. Einen Hut. Ich habe schon so viel Muni gefunden, Mann. Ich auch. Aber keine Waffe. Ohne Waffe. Weißt du, manchmal findest du so schnell Waffen. Das ist echt krass. Hast noch nie DayZ gespielt. Da findet man schnell Waffen. Ja? Ja. Immer nach zehn Minuten hat man eine Waffe. Auch mit Muni. Direkt. Na toll. Na, ist natürlich negativ, weil man DayZ mehr Leben hat auch. Braucht man die auch. Nur viel Backpack Slots. Ohnein, ich darf keine komische Waffe mitnehmen. Ich esse mal irgendwas. Jetzt habe ich den jetzt dabei für Müll. Okay. Ich setze mal den Halloween Ferris wieder auf. Einfach, weil er cool aussieht. Lass die Maske hier liegen. Ja. Hier der Bus. Ja, bei dem bin ich gestorben. Genau hier. Pram! Wurde ich abgeschossen. Boom! Und jetzt. Boom! Ich bin im Bus. Tschüss. Tschüss. Ich komme nicht mehr raus. Okay. Ich stecke fest, Manuel. Töte mich. Mein Bein ist unter dem Bus hängen geblieben. Ich kann nicht fliehen. Das ist doch immer das Zombie-apokalyptische Typischste im Film. Ja. Dass die Leute immer sich... Oh nein, ich bin umgeknickt. Mein Bein ist verstaucht gebrochen und dreimal ausgerenkt. Ja, aber was willst du da auch machen, ne? Laufen lernen. Ja, aber wenn dein Bein gebrochen ist... Dein Zombies tot. Kommt zweit. Zombie kills. Zombie kills. Zombie kills. Mein Spaß. Töte zombie. So. Okay. Oh, gepullt. Zwei. German let's zombie killer. Boah, ich habe auch einen. Ja, das war der, den ich eigentlich gepullt hatte. Da kommt aber noch einer gerade angelaufen. Zu mir? Ja, ganz langsam, ja. Ja, ja. Genau da, wo ich bin. Da ist er. Ich leuchte ihn an. Ah. Hallo. Na, du kleiner Fratz. Okay, geh mal lieber weg. Loll. Ja, Kopfhütten töten die mit zwei, drei Schlägen. Aber wann trifft die den Kopf? Das müssen sie dringend überarbeiten. Wenn das überarbeitet ist, dann ist Zombie töten lustig. Ich töte den. Okay. Boah, der sieht aber böse aus. Waren wir gerade nicht schon drin? Nein. Instant oatmeal. Bag of chips. Oh yeah. Ich habe immer noch Hunger. Oh, und Juice. Okay, warte hier. Dann gebe ich dir mal was. Guck mal hier in die Ecke. Äh. Drop. Drop. Okay, mehr aber nicht. Okay. Jetzt ist es wieder drei Viertel voll mein Essen. Mein Orms-Norms. Oh. Painkillers. Hier ist nochmal Bag of Chips. Wtf, die haben meinen Wurst nur gesteigert. Ganz wenig. Ja. Chips eben. Waren wir hier schon? Ah, wir laufen gerade im Kreis. Ja. Okay. Bin ich gut drin. Merk schon. Hui. Hui. Boah, bist du jetzt so ein Free Runner? Oder Rambo. Freestyle. Da ist nichts drin. Ein Haus. Und ein Elkofi. Ein tolles Haus. Bandagen. Hier, Chocolate Bar. Granola Bar. Ja, ich bin dich. Waffe. Mossberg. Mossberg. Ich hab Moni dafür. Gib, 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 gib. Gib, 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 gib. Gib oder schieß. Gib oder schieß. Warte, gib nochmal her. Gib nochmal die Moni. Ja, ja. Warte. Warte, schau mich an. Ach, man kann dabei nicht geduckt bleiben. Würde man dabei geduckt bleiben, können sie es noch cooler aus. Nimm. Chocolate Bar. Chocolate Bar. Chocolate Bar. Hier, warte. Ich hab ja nur ne Flashlight. Dann machen wir so. Viel Spaß. Drop item. Take item. Ich hab meinen auch dabei. Hammer Psychopath. So, wo sind wir denn? Ach, okay, wir sind fast in Campus City. Hier ist noch ne Regel. Nimm dem mal. Oh, 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 oh. Ah, da waren wir aber noch nicht drin, oder? Komm mal hier hoch. No. Waren wir da nicht drin? Not that I remember. Sieht alles gleich aus. Copy-Paste-Häuser. Ja, halt schon. Was? Die machen auch alle irgendwie denselben Inhalt, die Häuser. Ja, nix. Echt oder das, Zombie? Ein arbeitslosen Zombie! Nein! Von mir gibt's keinen Harten hier. Hier sind Masken. Deine Maske. Hier ist ein Helm, ein guter. Ein Wurfs4. M9-Helm. Die Helme machen immer noch keinen Unterschied, ne? Ja, egal, nimm den. Der scheint besser zu sein. Ja, hier bei mir. Ich hab ihn direkt aufgehoben. Ich bin ungern auf offener Fläche. Ich nehm den einfach mit, aber werde ich ihn nie benutzen. Ich zieh den an. Nein, mein Gott, das ist... Mein Glaube. Okay, dann nicht. Ähm. Ja, dann hier rein. Das ist doch schon das rote Haus. Das rote Haus. Der Nachbar von dem weißen Haus. Déjà vu. Da ist schon wieder so ein arbeitslosen Zombie. Schau sie an! Der hat seine Krawatte offen. So findet der doch nie einen Job. Weißt du nicht mal, wie er seine Krawatte richtig binden muss? Wir gehen auf die Brücke jetzt und wohnen da oben. Genau. Ich bin in dem Loch hier. Da. Hier bin ich reingefallen und bin nicht rausgekommen. Das war auch geil. Bleib mal. Ach, hier sind zwischen den Trimmern so ein paar kleine Löcher, wo man reinfallen kann und da nicht wirklich rauskommt. Achso, ja. Seh schon. Ich weiß, wo drin war's. Manu kennt halt die Löcher, wo ich drin war. Auf den Häusern da hinten, die sind alle mit einer Überbrückung übereinander verbunden. Ich weiß. Warst du ja schon mal oben raus? Aber lass das roten Haus. Was? Da oben drauf ist aber sauviel Zeug, ne? Ja, ich weiß. Ja, okay. Komm, lass ich nochmal eben da rein. Stimmt. Alter, ich hab voll Angst. Da sind so oft irgendwelche Leute drin. Wo? Ja, in dem roten. Ja, im roten schon. Deswegen wollte ich noch nicht ins rote. Wo bist du? Äh, warte, ich komm zu dir. Bist du hier überhaupt? Ich bin die Straße hinter, wo wir gerade waren. Da. Das sind Zombies auf dem Dach. Das heißt, also... Oder ist sie? Ich fände einfach durch. Sind wir richtig? Das ist doch gar nicht die richtigen Häuser. Da ist die nächste Häuserei da drüben, siehst du. Achso. Kannst du da mit dem Ferngläs vielleicht sehen noch? Oder was Gutes ist? Ja, warte, dann töd den erstmal. Ja. Ich töd mich mal. Äh... Tot. Ich muss sagen, Items sehe ich da. Da hinten ist ein Zombie drauf. Es scheint so, als wenn da gerade einer frisch gelootet hätte. Kann gut sein. Ja. Sieht echt dann aus. Da links laufen ganz viele Zombies. Da links läuft ein Spieler. Wo? Ganz... Da vorne links. Da vorne. Gerade. Ich sehe es. Also, ich sehe die Zombies in der Spur laufen. Das heißt ja wohl, dass da ein Spieler ist. Wo meinst du? Da. In die Richtung. Da sehe ich... Schau die Zombies doch an. Ach, da hinten. Ja, stimmt. Du musst ja irgendwie... Lass uns runter. Schnell runter. Da ist ein Spieler. Mit Sicherheit. Nein, die Zombies sind jetzt gegen die Barrikade gerannt und stehen geblieben. Hä? Dann ist der irgendwo rumgelatscht. Ich glaube nicht, dass die Zombies sich... Hm. Okay. Ja, komm. Einfach runter. Ja, ich schaue mich gerade noch um, um sicher zu gehen. Im roten Haus sehe ich... Alter, im roten Haus ist man aber auch auffällig. Ja. Wenn ich von hier drauf schaue, sehe ich in jedes Zimmer des ganzen Hauses schon rein. Ja, zum Verstecken nicht optimal. Also vor Menschen jedenfalls nicht. Allgemein wäre ich da voll paranoid bei den ganzen Fenstern. Verdammt, wie... Kommen wir hier durch? Stimmt, ne? Doch. Ja. Vielleicht? Nein. Ja. Ja, wie auf dem Silbertablett rennen wir da jetzt rein. Lass uns beeilen, sonst snipert uns da einer weg. Warte, ich rein. Komm, rum. Ich will... Da lichte ich eine Taschenlampe. Ich würde gerne so halbwegs, ähm, unauffällig da rein. Sprinten gerade ums halbe Haus rein? Ja, ist eigentlich dumm. Da ist ein Wasser. Water, water, water. Bleib mal stehen. Stehst du? Hier ist einer. Ja. Ja. Definitiv. Wollen wir stürmen? Wollen wir einfach mal stürmen? Okay. Rennen. Boah. Wie schwer schrocken. Hinter dir. Hinter dir war auch noch einer. Ich bin tot. Verdammt, hat mein Kopf erwischt. Ja. Hast du beide? Nein, einer ist tot. Der andere ist in dem Raum hinter dir gewesen. Also gleich bei der Treppe links. Ja, den habe ich getötet. Achso. Weißt du, was cool wäre, wenn es noch so Sachen gäbe, wo man ihn wiederbeleben könnte? Ja. Ja. Ich habe mich so erschrocken. Das sieht man auch richtig schön in der Aufnahme. Ich renne rein. Fuck, nein. Ja, Antibiotik. Haben getötet. Okay. Hab sie alle getötet. Hier ist keiner mehr. Sauber. Richtig nice. Boah, sorry, aber ich bin halt einer, der sich sehr schnell erschreckt. Also nicht wundern, Leute. How dare you. Du erschreckt yourself. Ich habe mich so erschrocken. Du glaubst das nicht. Ja, Alter, wenn man da hoch rennt und auf einmal schießt da einer auf einen. Ja, eben. Selbst wenn man weiß, dass da einer oben ist, aber man wartet nur so auf den Untergang. Ey, wie ich sie gefickt habe. Ich habe sie gefickt, Leute. Ich muss noch zwei Minuten warten, dann darf ich Zombie Bob wieder spielen. Custom Gorilla hatte der. Boah, wie viele Waffen die hatten. Scheiße, hab keinen Platz mehr. Ähm. Den Charakter nehme ich nicht. Der ist fürs Let's Play. Fuck, Mann. Drink. Drink. Moment, ich habe doch einen Charakter in dem Haus. Stimmt. Dann nimm den mal. Ja, eben. Boah, wehe, die haben auch einen Charakter in dem Haus. Dann bin ich jetzt tot. Welcher selber waren wir? 179. Ganz aber. Wunderbar. Alter, wie nervös ich immer noch bin. Ja, ach. Glaube ich dir. Acht Bullets left. Sechs Bullets left.